Und da sind wir wieder hier bei Imperial Galactic Survival Und in der letzten Folge hatten wir unseren Gleiter hier umgekippt Jetzt steht er wieder und da hinten Jetzt sehe ich aber gerade eine Drohne rumfliegen Aber die sieht uns nicht und wir haben auch keine Munition mehr dafür Ein bisschen Shotgun Deswegen steigen wir mal hier ein und Jetzt sehe ich da auch rote Punkte Aha So Okay das ist das Radar Ich guck mal mit der Karte Wo müssen wir hin? Wo ist unsere Basis? Unsere Heimat ist genau in die andere Richtung Dann müssen wir wieder rüber über den Berg Und sehen wir zu dass wir quasi Dahin fliegen wo die Drohne war Und erstmal eben zurück zu unserer Basis fliegen Ach Gott da fliegt genau da die Fliegt die unter uns auch? Ich hoffe nicht So Sind wir denn jetzt auf dem Weg zu unserer Basis Die Richtung ungefähr Okay dann fliegen wir mal hier so dran vorbei Und gucken dass wir keine Drohne umgehen Was die roten Punkte bedeuten Weiß ich gerade so noch nicht Ich hoffe Also ich vermute mal dass es äh Die Drohnen darstellen soll Und äh Den wollen wir gerade nicht in die Arme laufen Wenn wir hier quasi Kaum Munition dabei haben Da ist noch Eisenerz Mit 100% Wir haben Sollen wir das noch eben Da ist noch mehr Eisenerz Will ich das jetzt schon abbauen? Müssen wir das abbauen? Das muss ja quasi Eigentlich Da ist ne Kanonendrohne Ähm Boah Nicht auf mich drauf fahren Ähm Hier hinterm Berg sein ne Okay Es sieht so aus als ob zur Zeit Viele Drohnen durch die Gegend fliegen Also Na Na Da fliegen wir nochmal ein bisschen näher ran Und dann Müsste es ja Quasi hier Quasi hier unter uns sein ne Oh Das ist es nicht Wir wollen ihn hier haben ne Gut dann Pullen wir uns dann nochmal im dreien Weil das Herz möchte ich da gerne mitnehmen Bevor wir dann quasi Da Ähm Ja Da guck ich in die Richtung Also ungefähr die Richtung Zurück zu unserer Basis Fliegen Jetzt können wir nämlich Mich dann Schon was anstellen Ich weiß jetzt gerade noch nicht Was wir noch so alle zu brauchen Aber Ich hoffe wir das finden wir raus Ja Obwohl dann ist jetzt hier 30 Hier ein Loch Na 14 Meter noch Ja Ist hier schon R2 Oh ja Gut Dann machen wir mal hier die Ladung leer Das sind immer riesige Döcheldingungen Ja Ich habe es eine Zeitlang nicht gespielt Es kamen endlich ein Updates raus Aber Ich muss ganz ehrlich sein Ich habe hier den größten Teil davon gar nicht durchgelassen Also Ja Na Das darf nicht wahr sein Das darf doch wohl wahr sein Ähm Komm her Fürs Blei Habe ich da noch Patronen für? Nein Habe ich da noch Patronen für? Na Das hat er mich auch noch erledigt ey Das ist äh Scheiße Eine Basis im Wasserfall anrechtert Äh Machen wir das hier in der Vielleicht war das nicht die beste Idee Wir werden nochmal sterben Außer wir kriegen jetzt Unser Backpack Aber wir sind schon fast wieder tot ne Ähm Ja wo ist die Pistole? Ja schießt uns ruhig tot Komm Komm Bisschen strafen hier Und der trifft uns doch Jaja ein Hem Machen wir das nochmal? Sind wir so doof? Oder spawnen wir hier und bauen uns ne Waffe und gehen dann dahin? Und dann auch Unser Raumschiff ist gekommen Wir spawnen hier in der Waffe Stellen uns der Waffe her Ja genau Hier war So Wo sind wir gestorben? Wir sind da Und da Bodenleiter Ähm Auf Anderer Seite des Flosses So Was haben wir an Ressourcen drin? Nichts Das Leute wir haben hier auch einen großen Kunstfaktor gebaut Pistole machen Pistole braucht Ähm Wo steht welche Munition das braucht? Warte 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 Kaliber 50 Warte man Gut Wir brauchen eine Nahrung Wir haben doch hier irgendwo Hm Ich hatte doch hier einen Kühlschrank Hier Zack Zack Hm Das Essen Und das Essen So Oh ist die Pistole Pistole Da bist du Mach nochmal ein bisschen Munition hier Direkt nachladen So Ein Gemüsebiet hat auch gemacht Und gestorben sind wir dann Kommst du hier hin? Ich hoffe wir haben zumindestens da oben So Wir warten nochmal die nächsten 10 ab So Auch Wir haben so einen Bodenkleiderbaum mit geschützt drauf Dass der sich quasi Wie viel Schuss haben wir jetzt? 20 im Inventar Nein 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 das ist zu wenig Wir müssen hier noch Wir müssen hier noch Ah jetzt hier zu das sind noch ein paar So da sind noch 20 Ähm 40 Schuss Ja das sollte reichen Fürs Erste So Da müssen wir hin Das können wir natürlich auch kennen Haben wir Sauerstoff Haben wir Sauerstoff? Ja Oh Oh Da sind auch noch die Killerpflanzen Jetzt müssen wir hier ganz rüber schwimmen Oh Schwimmen Junge Und da sind gleich zwei Stück Und die haben den Leiter kaputt geschossen Hier ist die Killerpflanze weg von uns Ich habe es einfach mal zu Basis gefahren Und wir holen noch das Eis Ja super Zum Glück gibt es noch keine Ähm Reihe oder ähnliches Wobei ich könnte ein bisschen hier mal Im Wasser auch Ein bisschen was machen Fände ich also Hier wie so ein bisschen Pflanzen drin Das sieht ein bisschen trostlos aus Ich meine das Highlight ist ja quasi nach oben In den Heldraum zu fliegen Aber die Planeten müssen es auch noch Ein bisschen schicker gestalten finde ich So Wie weit ist es noch Oh Das hier noch eine halbe Ewigkeit Na ja ein bisschen Ausdauer So Mir scheint so Trotz Ausdauer schwimmen wir nicht schneller Gleich eigentlich den Ähm Setz mal mal ab Dann ist unser Sauerstoff gleich ganz frutsch Und das hatten wir ja auch schon mal So Da hinten sehe ich schon die Drohnen Und jetzt ist unser Ausdauer aufflöten gegangen So Na ja Die nehmen wir jetzt ab Obwohl wir halt noch ein bisschen im Tank reingehen sollen Ab der anderen Seite des Schlosses oder was Hm das kann man nicht aufnehmen Ganz kaputt geschossen nicht Oh 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 Komm da schwimmen wir noch rüber Pass auf dass wir die Killerpflanze da nicht anlocken Zwei Stück Jetzt ist noch einer Jetzt geh doch zugrunde Gleich ist die Drohne auch schon wieder da Ist doch nicht dass die Drohne Jetzt haut die scheiß Drohne ab So Alles rüber Aber Munition Die 40 Schuss waren ja auch nicht grad viel Wir haben jetzt 20 Oh So Jetzt sind beide Rucksäcke hier So Alles rüber Alles rüber Und ganz kaputt gefreckert haben sie es Aber Aber Komplett Oh Komm Hier Tanklärm machen Generator Hier Storagebox hab ich auch drangemauht Da kann ich ja Das lohnt sich ja Alles kaputt Und Dann bauen wir das Restliche was hier geblieben ist ab und bauen uns einen neuen Gleiter beziehungsweise gucken dass wir aus den Rohstoffen die wir hier gewonnen haben vielleicht ähm ähm uns noch Fluggerät bauen Kann ich ja gar nicht so weit anfangen Und dann direkt mit Geschützturm Ja 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 Wenn wir mal nach Nehmen wir den Rest Oh Das ist ja mal interessant So Was ist hier noch Nix mehr Ja komm Holen wir noch ein bisschen Eisen jetzt hier raus Jetzt sind wir eh wieder hier Und dann gucken wir dass wir vielleicht in der nächsten Aufnahme uns quasi ein Raumschiff anfangen zu bauen Gut Ich würde auch sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin Ciao